Was geht ab? Hier oben schaue ich Lucy, einer meiner Lieblingsfilme. Da oben ist Lucy. Die Corona-Zeit erlebe ich eigentlich ziemlich entspannt bis jetzt. Ich vermisse keine Orte so. Mein Lieblingsort ist mein Kopf. Ich freue mich tatsächlich auf, mit der Familie hier im Haus aufzuräumen. Das ist nämlich eine große Aktion, die wir machen müssen. Im Alltag lassen wir hier gerne mal Unordnung hineinkehren und jetzt packen wir das richtig an. Dieser ganze Raum muss aufgeräumt werden. Das muss ich alles sortieren. Das kommt in diese Ordner. Das hier muss ich alles noch nähen oder flicken oder reparieren. So, wo sind wir jetzt angekommen, Lucy? Die Welt verändert sich. Corona verändert euch mit. Ihr habt Zeit, euch mit euch selbst zu beschäftigen. Ihr habt Zeit, mal Dinge anzupacken, die ihr sonst eigentlich nicht anpackt, weil ihr keine Zeit habt. Wir haben nämlich immer keine Zeit, was voll unlogisch ist, aber wir haben einfach keine Zeit für die Dinge, die wir wirklich machen wollen. Und die haben wir jetzt safe.